Schlepper Ich bin 12 Jahre alt und das ist mein Vater. Oh, ich hab romeis! Ich frage ein IJs. Kommand ich. Kommand ich. Kommand ich. Ich würde ein bisschen von den Bühnen essen. Ja, ein Kiekes. Ah! He, dummer dummer! Es ist ein schönes Licht. 3, 2, 1, komm mal. Guten Morgen Chris. Dankjewel. Doe noch 1x. Ja, die tombe. Vielen Dank. Vielen Dank.